So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke und ja, ich weiß, die Leute warten gespannt auf Raid am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag wahrscheinlich, so wie es aussieht. Also die zwei Leute, die da warten, die können bestimmt noch weiter warten, denn ich werde heute die News raushauen zum Community Day, weil das ist dann aktueller und Raid am Mittwoch kommt ja eh schon nicht am Mittwoch. Also wenn das dann am Freitag kommt, dann ist es halt diese Woche auch so. Es geht momentan ein bisschen drunter und drüber privat, deswegen verzeiht, dass es nicht am Mittwoch kommt. Der Raid-Boss-Wechsel am Mittwoch macht halt immer viel kaputt. So, Community Day im März 23, Fleckmon und Gala Fleckmon. Es ist also jetzt bekannt, den Termin wussten wir ja schon, am 18. März von 14 bis 17 Uhr Ortszeit ist ein Samstag. Da bin ich mal gespannt, ob ich da mit Pupsi eine Stunde wieder spazieren gehen kann, um zu streamen für euch unterwegs. Das wäre richtig genial. Und das Pokémon ist nun auch bekannt, nämlich Fleckmon und Gala Fleckmon. Fleckmon gibt es ja schon in Shiny die ganze Zeit. Ist eigentlich ein cooles Pokémon, macht bestimmt Spaß, das ist der Bruder von Bummels, ne, könnte man sagen. Gala Fleckmon gab es, lasst mich lügen, bisher noch nicht als Shiny. Das war mal so drin, hat so einen gelben Pisskopf gehabt und so einen Schwanz. Man konnte es dann entwickeln, ist halt sehr speziell alles, Gala Fleckmon, aber war glaube ich bis jetzt noch nicht als Shiny verfügbar. Müsste damit neu als Shiny jetzt ins Spiel kommen. So hat der C-Day also was für Nostalgiker, die in der Kando-Region rumwursten. Gleichzeitig auch was für alle Spieler mit einem neuen Shiny und wird halt wieder so kombiniert. Was steht jetzt hier aber genaueres da noch? Community Day im März 23, Fleckmon, Gala Fleckmon. Samstag, 18. März, 14 bis 17 Uhr. Diesmal dreht sich alles um die Schnarcher-Pokémon Fleckmon und Gala Fleckmon. Außerdem könnt ihr mit etwas Glück zum ersten Mal schillernden Gala Fleckmon begegnen. Also genau so, wie ich es gesagt habe. Pokémon des Tages, hier seht ihr beide leider nicht in der Shiny-Version. Andere, die sich Mühe geben bei ihren Videos, die würden jetzt eine Grafike einblenden, wo man die Shiny-Version sieht. Ich habe das nicht. War schon schlimm genug, das überhaupt zu finden, weil auf der offiziellen Seite, wo immer die News kommen und die C-Days angekündigt werden, steht einfach gar nichts. Nur durchs 1-2-3-Kit im Fanschat habe ich jetzt gesehen, dass es einen Artikel gibt zum C-Day. Also Dankeschön und Grüße gehen raus an das 1-2-3-Kit. Es gibt wieder eine exklusive Attacke, diesmal, wenn ihr LAMUS, GALALAMUS, LASCHOKING und GALALASCHOKING entwickelt, also durchentwickelt, im Event oder bis zu 5 Stunden danach, erlernt LAMUS, GALALAMUS, LASCHOKING oder GALALASCHOKING die LADE-Attacke SURFER. SURFER, das ist die exklusive C-Day-Attacke, Trainerkämpfe 65 Schaden, Arena- und Raidkämpfe auch 65 Schaden. Ist ein Wasser-Pokémon mit einer Wasser-Attacke, ob das jetzt dadurch stark und brutal wird, ich weiß es nicht. Ich habe mit dem Ding eigentlich auch noch nie irgendwas gemacht, aber ich glaube, so ein LASCHOKING in einer GBL, in einer Superliga, kann man vielleicht irgendwie mal nutzen oder so. Also, wenn ihr GBL-Spieler seid, könnt ihr ja mal reinschreiben, ob das für die GBL sinnvoll ist. Ich habe immer genau das gleiche Team, deswegen kenne ich mich mit dem ganzen Pool nicht aus. Pool, Wasser, Surfer, da war die Überleitung. Außerdem wird es wieder eine 1-Euro-Forschung geben. Das ist sehr cool, ich freue mich immer, wer mir das Ticket sponsert, denn wenn nicht, würde ich es mir selber kaufen, aber ich komme gar nicht mehr dazu zu kaufen. Seitdem es diese Funktion gibt, dass man das verschenken kann, gab es immer jemanden, der einem das dann gegeben hat. Egal, was da drin ist, ich sage euch, gönnt euch für 1 Euro diese Ticket-Forschung zum C-Day. Habe ich noch nie bereut, ist eigentlich immer genial. Fantastisch, phlegmatisch heißt die diesmal. Event Boni, was uns alles erwartet. Es ist kein C-Day Classic, wo es nur so eine Handvoll Boni gibt. Es ist halt ein brutaler C-Day in der heutigen Nach-Corona-Zeit, deswegen überschwappt er euch wieder mit allem. Es gibt die dreifachen Fang-EP, es gibt die doppelten Fang-Bong-Bongs. Natürlich hält Rauch wieder 3 Stunden, Lock-Module 3 Stunden. Die XL-Bong-Bongs sind erhöht ab Level 31. Dann gibt es wieder Schnappschüsse, Trades, also tauschen, kostet 50% weniger Sternenstaub. Und es gibt einen zusätzlichen Spezialtausch an dem Tag, das heißt maximal 2 Stück. Normal können die momentan halt so einen Spezialtausch machen, am C-Day dann wieder 2. Freue ich mich. Das ist bei den Classic-C-Days ja nicht so, weil früher gab es sowas nicht. Aber jetzt bei den neuerlichen C-Days machen die immer 2 Spezial-Trades, dass ich endlich mit meinen Glücksfreunden hinterherkomme. Das waren die Boni alle, also statt vermehrt Staub gibt es halt vermehrt Fang-EP und zwar die dreifachen. Wer halt so ein bisschen leveln möchte, kann den C-Day gut nutzen und ich glaube das Teil ist auch relativ easy zu treffen. Hat einen fetten großen Kreis, wo man gut reinwerfen kann. Eine verzwickte Entwicklung, was ist das denn? Bevor ihr Galafleckmon zu Galalamus entwickeln könnt, müsst ihr normalerweise 30 Gift-Pokémon fangen. Während Galafleckmon euer Kumpel ist. Ja, musste man dann immer anlegen, 30 Gift-Pokémon fangen. Auch am Samstag, streicht mal das auch weg, am Samstag, den 18. März von 14 bis 22 Uhr, müsst ihr jedoch 30 Psycho-Pokémon mit Galafleckmon als Kumpel fangen. Doch behaltet dabei die Zeit im Blick, denn diese Änderung gilt nur bis 22 Uhr. Ja, denn wenn ihr ein gutes Exemplar fangt oder danach noch ein bisschen tauscht oder währenddessen oder so, ihr könntet also spielen von 14 bis 17 Uhr, dann könnt ihr einfach 100 Stück hin und her tauschen, bis ihr vielleicht ein 100er kriegt. Und dann spawnen ja vielleicht trotzdem noch weitere Phleckmon durch die Raid-Kämpfe der Stufe 4 und so weiter. Oder ihr habt da halt zwischendurch schon ein gutes und wollt das entwickeln. Dann könnt ihr mit dem Fangen von Phleckmon schon ein Phleckmon entwickeln, weil ihr einfach das, was ihr entwickeln wollt, als Buddy nehmt und dann einfach durchentwickelt. Ist also eine gute Sache, kann man so machen, damit ihr keine Gift-Pokémon braucht. 14 bis 22 Uhr könnt ihr also dann durch Psycho-Pokémon statt Gift-Pokémon euer Phleckmon entwickeln, euer Galafleckmon. Bonus-Raid-Kämpfe nach dem Community Day. Okay, natürlich wieder für die, die noch mehr haben wollen, ihr könnt im Anschluss diese Stufe 4-Raid-Kämpfe machen mit Phleckmon und Galafleckmon, sodass dann um die Arena herum im Umkreis von, was, 300 Meter oder so, für 30 Minuten nochmal vermehrt Phleckmon und Galafleckmon auftauchen. Habe ich bisher noch nie gemacht, ich kenne auch niemanden, der das bisher gemacht hat. Kostet Geld sinnlos dann durch die Raid-Pässe, kann man auch nicht einladen, sind 4-Ord-Raids. Und das ist was, was ich eigentlich sowieso nicht unbedingt Wert drauf lege, vorzustellen. Ja, da steht alles nochmal da, genau, steht da nochmal die, ja, die Meta stehen nicht dabei. Dann gibt es eine befristete Forschung, eine befristete Forschung wird von 14 bis 22 Uhr verfügbar sein. Also auch ohne dieses C-Day-Ticket, was ja eine Spezialforschung ist auf der rechten Seite, habt ihr im Heute-Tab auf der linken Seite eine befristete Forschung, die ihr halt an dem C-Day lösen müsst. Die Ticket-Forschung, die braucht ihr nicht mal am C-Day lösen, die könnt ihr jederzeit lösen. Natürlich bietet es sich am C-Day an, weil da ja die meisten Phleckmon sitzen und meistens müsst ihr ja Phleckmon fangen und verschicken und entwickeln für die Forschung. Befristete Forschung, wieder was anderes, aber hier gibt es beim Abschluss dann vier Kingsteine und ihr braucht ja einen Kingstein, um Phleckmon zu entwickeln, also Lamus zu Laschoking. Lamus zu Laschoking braucht einen Kingstein für die Entwicklung und damit ihr da einfach hinterher geworfen. Finde ich gut, da denken sie wirklich immer mit. Feldforschung, ihr könnt Feldforschungsaufgaben zum C-Day im März abschließen. Fangt Phleckmon, um Belohnungen wie Kingsteine, Sternenstaub, Hyperbälle und mehr zu erhalten. Dann gibt es natürlich wieder Sticker, die sehen aber lustig aus, wie sich alle in den Schwanz beißen. Wieder Human Sandipede und es wird einen Phleckmon-Hut geben und ein Phleckmon-Rute-Shirt im Shop. Werdet ihr euch also zum Phleckmon ummontieren? Schreibt es mal in die Kommentare. Schöne Grafik hier auch, dass sich das bewegt, dass es ein Video ist. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und habt ihr Bock auf den Phleckmon-C-Day? Grüße gehen raus, danke 1, 2, 3, Kit, bis zum nächsten Mal, ciao.